Fick dich unter's Maul, Onkelpicker! Alter Schwanzlutscher, ach lecker Onkelpicker! Du bist dann... Okay Kinder, schön hinsetzen. Wir haben heute eine Menge zu lernen. Kann man wohl sagen, ist der Zylinder. Okay Kinder, fangen wir heute mit ein paar neuen Matheaufgaben an. Was ist 5 mal 2? Kommt Kinder, nicht zu schüchtern. Gebt euch einfach einen Ruck. Ja, Kleid? 12? Okay, jetzt wollen wir mal ne Antwort von jemandem hören, der kein totaler Schwachkopf ist. Was denn? Nicht zu schüchtern. Ich glaube, ich weiß es, Mr. Garrison. Ja, du fett aus. Hey, nenn mich nicht fett, du verfickter Jude. Eric, hast du gerade das Wort benutzt? Jude? Nein, ihr meint verfickt. Das darfst du in der Schule nicht sagen, du verfickter Fick. Heil! Wieso kann ich nicht verfickt sein? Eric! Du hast schon wieder verfickt gesagt. Stanley! Fick! Kenny! Was ist denn schon dabei? Tut doch keinem weh. Verfickter Fickifick-Fick. Du möchtest wohl zum Beratungslehrer geschickt werden. Und sie möchten wohl an meinem Sarg klutschen. Was hast du gesagt? Äh, es tut mir leid, tut mir leid. Eigentlich habe ich gesagt... Sie möchten wohl an meinem Sarg klutschen, Mr. Garrison. Ach du Scheiße, Alter. No, ich muss sagen, ich bin ausgesprochen enttäuscht von euch Jungs. Okay? Ihr solltet euch wirklich was schämen. Ich habe eure Mütter angerufen und sie... Sie haben meine Mutter angerufen? Ja, das habe ich. Oh nein, Alter. Mr. McKee, kann ich sie mal was fragen? Okay, was? Wo ist ihr Scheißproblem, Sie Wichser? Genau. Ich will jetzt wissen, wo ihr diese widerlichen Schimpfwörter aufgegabelt habt, okay? Nirgendwo. Ähm, ein paar Mal haben wir sie von Mr. Garrison gehört. Genau. Ich bezweifle, dass Mr. Garrison jemals gesagt hat... Friss Pinguin-Scheiße, du After-Höhen-Forscher. Danke, dass Sie alle so kurzfristig kommen konnten. So kenne ich dich gar nicht, Stanley. Was hat mein Sohn gesagt, Mr. McKee? Hat er das S-Wort benutzt? Nein, es war schlimmer als das. Das F-Wort? Nun, hier ist eine kurze Liste der Dinge, die Sie gesagt haben, okay? Ach, du lieber Gott. Was in aller Welt ist Rosettenschlemmen? Na, das ist, wenn du die Beine hinter den Kopf tust und einer deinen Arsch leckt. Junger Mann, du sagst Mr. McKee auf der Stelle, wo du all diese grässlichen Ausdrücke gehört hast. Ich? Ich? Wie können Sie euch nicht sagen? Wir haben ein Ei geschworen, dass wir es nicht verraten. Das waren Terrence und Philipp-Film. Alter! Was denn? Fickt euch doch, ich will hier raus. Terrence und Philipp? Diese Kanadier? Entschuldigung, was ist denn Terrence und Philipp? Terrence und Philipp sind zwei völlig untalentierte Schauspieler aus Kanada. Nur Schimpfwörter und Fäkalienhumor. Nun, ich schätze, ihr solltet die anderen Eltern warnen, damit nicht noch mehr Kinder Terrence und Philipp sehen. Den hat doch jeder Arsch schon gesehen. Hurry! Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Der Film hat meine empfindliche Psyche beschädigt. Die haben die Schimpfwörter, die die konstige Eier verlassen. Die haben die Schimpfwörter, die die konstige Eier verlassen. Die mag ich so sehr. Sie aber lacht diesen Angeber. Ey, du hältst die verdammte Nahrungskette auf! Hallöchen, meine lieben Kinder! Hey, Schimpfwörter! Wie geht's denn so? Schlecht. Wieso schlecht? Wir haben Ärger, weil wir geflucht haben. Jetzt dürfen wir nie wieder den Terrence und Philipp-Film sehen. Oh, das ist aber schade. Du hättest kalt sehen sollen, als eine Mom kann. Der hat sich fast in die Hose geschissen. Halt die Fresse, Katniss. Ich hätte auch Angst gehabt. Deine Mutter ist eine fiese Schlampe. Nenn meine Mutter nicht Schlampe, du fettes Schwein! Nenn mich nicht fett, du arschweckender Hurensohn! Sag die Kinder, wo habt ihr nur diese Ausdrücke her? Die sind fotzengeil, was? Chef Koch, wie bringt man eine Frau dazu, einen mehr zu mögen als alle anderen? Oh, das ist ganz einfach. Du musst nur die Klitoris finden. Hä? Ups. Was heißt denn das, die Klitoris finden? Ähm, vergiss, was ich gesagt hab. Geht weiter, Kinder. Ihr haltet nur auf. Hey, Leute! Wisst ihr, wo ich die Klitoris finden kann? Die was? Ist das sowas wie zu Gott finden, oder was? Achtung, Schüler! An der South Park Grundschule wird eine neue Kleiderordnung eingeführt. Terrence und Philipp Shirt sind ab sofort nicht mehr gestattet. Jeder, der ein Terrence und Philipp Shirt trägt, wird sofort nach Hause geschickt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017